Herzlich Willkommen auf DART-Blog und das erste Mal hier aus meiner Studio-Einrichtung. Hier mal ein paar Bilder. Es ist viel passiert, wer verfolgt hat, gerade auf Instagram hatte ich ziemlich viele Storys gezeigt vom Arbeitsablauf. War viel, viel Action. Ich muss sagen, in den letzten Wochen habe ich ganz schön hart gearbeitet. Sieben Kilo abgenommen. Keinen Sport gemacht, aber hart gearbeitet. Perfekt. Ich merke auch, dass ich körperlich gleich wieder ein bisschen besser in Schuss bin. Das wird jetzt fortgesetzt. Das lasse ich jetzt nicht nochmal zurückrudern. Ich bin jetzt ein paar Tage im Urlaub. Komme, glaube ich, am 6. wieder. Dann gibt es natürlich die ersten YouTube-Videos. Ab 15. hatte ich ja gesagt, ist hier die Möglichkeit, Live-Training zu machen mit mir. Wer Interesse daran hat, der aus dem Raum Berlin-Brandenburg kommt, das Ding hier befindet sich in Starnsdorf. Der kann mir gerne an info.dartblog.de eine Nachricht schreiben. Da können wir dann gerne einen Termin vereinbaren. Genauso, wer Darts testen möchte und das eine oder andere Pläusche enthalten möchte, der kann gerne einen Termin machen. Ansonsten, wenn ich wiederkomme, ist auch mein Online-Shop, darblog.shop, wieder online. Den habe ich jetzt erstmal runtergenommen. Wie gesagt, im Urlaub werde ich nichts verschicken. Von daher kann ich euch nur darum bitten, kurz zu warten. Wenn es dann am 6. wieder losgeht, dann natürlich auch zuzuschlagen und mich zu unterstützen, damit hier dieses Projekt fortgeführt oder aufgebaut werden kann. Der Grundstein ist gelegt. Ich freue mich schon und ab 15. Oktober gibt es den nächsten Kurs von mir. Das ist der Trainingsweltmeister. Da geht es um die Spieler, die im Training hervorragende Leistung abrufen, vielleicht das eine oder andere Spiel auch richtig gut liefern können. Aber dann, wenn es darauf ankommt, für sie irgendwie ein wichtiges Spiel, auf einmal passiert überhaupt nichts mehr und es sind dann nur noch wenige Prozentpunkte von dem, was man eigentlich leisten kann, steht dann auf der Uhr. Und oft versteht man es nicht und genau darum handelt sich dieser Trainingskurs, der auch in Wochenabschnitte aufgeteilt ist, sodass man dann auch am Ball bleibt und übt. Das ist natürlich auch eine Sache. Das wird dann direkt aus dem Urlaub nochmal weiter fortgeführt. 15. ist der Release-Termin. Wer interessiert, kann sich an info-at-dart-blog.de auch nochmal an mich wenden. Da gibt es dann weitere Informationen. Ansonsten kann ich auch nur darauf verweisen, einmal auf meinen Trainingskurs, das große Dart-Training. Hier unten steht dann acht Wochen Trainingskurs. Ja, und alles weitere dann, wenn ich wiederkomme aus dem Urlaub, dann gibt es ein paar Trainingsvideos, die ich euch zeige, beziehungsweise wieder mal ein paar Innenansichten. Da sind jetzt schon ein paar Storys entstanden, die dann abgedreht werden können. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ciao. Bis zum nächsten Mal.